Hallo und herzlich willkommen zur Lehrfilmreihe über Glühverfahren. Die Erläuterung des Normalglühens ist in zwei Teile gegliedert. In diesem zweiten Teil erläutern wir die Ziele des Normalglühens. Außerdem erklären wir, warum Normalglühn und das entstehende Feinkorngefüge die einzige Möglichkeit ist, um gleichzeitig Festigkeit und Duktilität zu erhöhen. Sicherlich hast du den ersten Teil schon angeschaut. In dem wir die mikrostrukturellen Veränderungen während des Aufheiz- und Abkühlprozesses erläutert haben. Ziel des Normalglühens ist es, ein möglichst homogenes und feinkörniges Gefüge zu erzeugen. Ein Feinkorngefüge besitzt eine hohe Festigkeit und Härte, bei gleichzeitig hoher Duktilität und Zähigkeit. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Normalglühn und das entstehende Feinkorngefüge die einzige werkstofftechnische Möglichkeit ist, um Festigkeit und Duktilität gleichzeitig zu erhöhen. In der Regel sinkt nämlich bei steigender Festigkeit die Duktilität. Und umgekehrt, bei steigender guter plastischer Verformbarkeit sinkt die Festigkeit eines Werkstücks. Durch das Normalglühnen kann beides gleichzeitig verbessert werden. Betrachten wir zunächst die Festigkeit. Nach der Kristallplastizitätstheorie beruht die plastische Verformung auf der Versetzungsbewegung. Wird diese eingeschränkt, sinkt die plastische Verformbarkeit, also die Duktilität, und die Festigkeit steigt. Durch das feine Korn wird eine große Anzahl an Korngrenzen geschaffen. Diese dienen als Hindernisse gegen das Versetzungswandern. Gleichzeitig werden bei kleineren Körnern die Laufwege der Versetzungen kürzer. Beide Mechanismen, Korngrenzen als Versetzungshindernisse und die verkürzten möglichen Laufwege für die Versetzungsbewegung, führen zur Erhöhung der Festigkeit. Es gilt also, je mehr Korngrenzen ein Gefüge hat, also umso feiner das Korn ist, umso größer ist die Festigkeit eines Werkstücks. Allerdings können Versetzungen nur auf ganz bestimmten Kristallebenen wandern. Den sogenannten Gleitebenen. Es handelt sich um dichtestgepackte Ebenen, die in 45 Grad zur angelegten Normalspannung liegen müssen, damit die größtmögliche Schubspannung zum Einleiten der Versetzungsbewegung wirksam wird. Bei feinem Korn ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass die Gleitebenen günstig orientiert sind, als bei groben Körnern. Damit wird Versetzungswandern in Feinkorngefüge wahrscheinlicher und die Duktilität bzw. Zähigkeit steigt. Zur Festigkeitssteigerung durch feines Korn, der Feinkorn- oder Korngrenzenhärtung könnt ihr euch einen weiteren Lehrfilm anschauen. Ziel des Normalisierens ist allgemein die Verbesserung von gleichzeitig Festigkeit und Zähigkeit bzw. Duktilität. Das Normalglühen kann bei allen Stählen durchgeführt werden, die eine Ferit-Austenit-Umwandlung während des Aufheizens durchlaufen. Rostfreie Stähle mit einem Austenitgefüge beispielsweise können nicht normalisiert werden, da die austenitische Phase von Tiefen bis zu hohen Temperaturen stabil ist. Ziel ist es zum Beispiel auch, ein Grobkorngefüge zu beseitigen, das beim Schweißen oder Grobkornglühen entsteht. Oder auch ein Grobkorngefüge zu beseitigen, welches in Folge von Sekundärrekristallisation mit Kornwachstumsprozessen während des Rekristallisationsglühens entstehen kann. Wie schon gesagt, haben Grobkorngefüge eine verminderte Festigkeit und Zähigkeit bzw. Duktilität, die durch das Normalglühen und Bildung eines Feinkorngefüges verbessert werden sollen. Das Normalisieren wird auch angewendet, um die unerwünschten Eigenschaften von kaltverformten Gefügen zu beseitigen. Kaltverformte Gefüge sind oft texturiert, d.h. sie haben eine Vorzugsorientierung und haben somit Anisotrope, also richtungsabhängige, in Quer- und Längsrichtung unterschiedliche Eigenschaften. Außerdem haben sie eine geringere Festigkeit und Duktilität, als normal geglühte Feinkorngefüge und sind dementsprechend spröde. Normalglühen verbessert also die mechanischen Eigenschaften, eines zuvor kaltverformten Gefüges. Informationen zur Textur findet ihr auf der Mediathek der HTW Berlin. Ein weiteres Ziel des Normalglühens ist die Beseitigung des sogenannten Wittmannstädtischen Gefüges. Hier hat sich nach dem Abkühlen des Stahls, z.B. nach dem Schweißen, der Ferit nicht nur an den Korngrenzen, sondern auch im Inneren der Austenitkörner ausgeschieden. Bei Raumtemperatur liegt dann plattenförmiger Ferit zwischen Perlit vor. Die schlechte Zähigkeit des Wittmannstädtischen Gefüges wird durch das Normalglühen beseitigt. Zusammenfassung Das Normalglühen oder Normalisieren dient zur Einstellung eines regelmäßigen, feinkörnigen Gefüges mit hoher Festigkeit und Härte, bei gleichzeitig guter Duktilität bzw. Zähigkeit. Es ist das einzige Verfahren, bei dem gleichzeitig Festigkeit und Zähigkeit verbessert werden können. Alle Stähle, die eine Ferit-Austenit-Umwandlung beim Aufheizen durchlaufen, können normalisiert werden. Beim Normalglühen wird das Werkstück zunächst vollständig austenitisiert. Unter eutektoide Stähle werden kurz oberhalb der AC-3 oder GS-Linie geglüht und über eutektoide Stähle oberhalb der AC-1 oder SK-Linie und anschließend langsam abgekühlt. Dabei wandelt sich das Ferit-Perlit bzw. Perlit-Zementit-Gefüge beim Aufheizen und Halten in Austenit um und legt nach dem Abkühlen wieder als Ferit-Perlit- oder Perlit-Zementit-Gefüge vor, aber als feinkörniges und regelmäßiges Gefüge mit rundlichen Körnern. Feine Körner mit vielen Korngrenzen stellen Hindernisse gegen das Versetzungswandern dar. Damit steigt die Festigkeit eines normal geglühten Stahls mit Feinkorngefüge. Da plastische Verformung eine ganz bestimmte Orientierung von Gleitebenen erfordert, in denen Versetzungen wandern können, sollten möglichst viele dieser Ebenen vorhanden sein. Ein Feinkorngefüge bietet nämlich eine hohe Wahrscheinlichkeit günstig orientierter Gleitebenen, sodass auch die Duktilität bzw. Zähigkeit nach dem Normalisieren steigt. Normalglühen wird angewendet zum Beseitigen von Grobkorngefüge, texturierten Gefüge nach Kaltverformungen und dem sogenannten Wittmannstädtischen Gefüge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020